Ich bin hier mit Christoph Schmidt von den Eisbären Regensburg. Hallo Christoph! Super starkes Spiel und noch besseres Drittel, oder wie siehst du das? Ja, hallo erstmal. Es ist ein ziemlich schnelles Spiel. Die gehen ziemlich aggressiv, aber bisher konnte man das alles gut lösen. Wir nutzen die Chancen, die Fehler, die die machen, nutzen wir gut aus. Und jetzt müssen wir defensiv unsere Aufgabe machen, dass wir die Spiele nicht mehr aus der Hand geben. Trotz des guten Scores haben wir bis jetzt noch nicht in einem Powerplay getroffen. Liegt das eher an der selber Defensive oder an unserer Offensive? Gut, die macht natürlich keinen schlechten Job. Nichts jetzt und trotz, es gibt Tage, da funktioniert das Powerplay. Heute ist ein Tag, wo es eben nicht so funktioniert. Deswegen heißt es nicht, dass wir schlecht spielen. Wir müssen teilweise so weitermachen und dann fällt auch da einer rein. Alles klar, vielen Dank und auch viel Erfolg im nächsten Drittel. Wir übergeben jetzt in eine kurze Werbeunterbrechung. Danach sehen wir uns gleich wieder im Studio.